Ja, vielen Dank, dass du heute online bist, um mit mir über das Wort Gottes nachzudenken, dieses Wort Gottes, das mich mein Leben lang begleitet und begeistert hat und mich immer noch begeistert. Und das heutige Thema ist für mich Grund einer großen Begeisterung, die Braut hat sich vorbereitet. Und dabei denken wir an eine Hochzeit. Ich habe gerade morgen eine Trauung als Pastor. Morgen ist Mittwoch, das ist eine Trauung im Schwarzwald, ein etwas älteres Ehepaar. Aber die sind so begeistert, also noch besser und noch größer als die Teenies. Und seit Tagen, seit Wochen bereiten sie sich vor und ich mich natürlich auch. Und ich verstehe sie auch, weil eine Trauung, das ist immer was ganz, ganz Besonderes. Und die Bibel spricht tatsächlich über eine Trauung als Höhepunkt der menschlichen Geschichte. Das lesen wir zusammen, Offenbarung Kapitel 19. Da heißt es ab Vers 6, Ich hörte etwas, wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das Lamm in der Offenbarung ist Jesus Christus und wer ist seine Braut? Seine Braut sind wir. Wir kommen gleich dazu. Aber wir lesen weiter erstmal Vers 8 bis 9. Es wurde ihr, der Braut, gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. In der Bibel wird sehr oft unsere Beziehung zu Gott mit der Beziehung zwischen Mann und Frau verglichen. Ein interessanter Vergleich, über den man sehr, sehr viel reden könnte, denn unser ganzes Leben als verheiratete Frauen und Männer besteht darin, sich mit dem Partner nicht nur gut zu verstehen, sondern zu ergänzen, voneinander zu lernen und natürlich miteinander glücklich zu sein. Und genau das ist die Beziehung mit Christus, die wir haben dürfen durch seinen Heiligen Geist. Ich lese einige Texte dazu, Epheser Kapitel 5. Es heißt in den Versen 32 und 33, Paulus spricht also über die Ehe, gibt uns ein paar gute Ratschläge und sagt, ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Schon in Johannes Kapitel 3 Vers 29 sagte Johannes der Täufer, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der da steht und ihn hört, ist hoher Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes der Täufer identifiziert sich mit dem Freund des Bräutigams, der im Orient eine ganz wichtige Stellung hat, denn seine Aufgabe steht darin, zum Teil sogar die Braut zu finden für den Bräutigam, also für seinen guten Freund, aber auch ihm ein paar Tipps zu geben und ihn zu begleiten bis zur Hochzeit. Und jetzt sagt Johannes der Täufer, die Braut ist da, der Bräutigam ist da, das ist Jesus. Und ich bin hoch erfreut und meine Freude ist nur erfüllt. So ist der Höhepunkt der Offenbarung und damit der Höhepunkt der Bibel oder sogar der Höhepunkt der Geschichte dieser Welt die Wiedervereinigung zwischen Gott und seinem Volk, Gott, Jesus Christus als der Bräutigam und die Braut, seine Gemeinde, du und ich. Wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass wir die Bibel neu lesen sollen oder dürfen oder können, indem wir einfach mal suchen, die Texte, die uns helfen können, uns auf diese Hochzeit vorzubereiten. Mit anderen Worten, könnte es sein, dass die Bibel eine Art Ehevorbereitungsbuch ist, ein Handbuch zur Vorbereitung auf unsere Ehe, in Anführungsstrichen, mit Jesus Christus. Und dabei ist mir ein Abschnitt der Bibel aufgefallen, den ich mit euch heute studieren möchte. Und zwar, das ist ziemlich am Anfang der Offenbarung, das sogenannte Schreiben an die sieben Gemeinden. Die Offenbarung in Kapitel 2 und 3 spricht von sieben Gemeinden, die damals existiert haben. Und somit hat dieses Schreiben zunächst die Bedeutung oder das Anliegen, die damaligen Gemeinden zu ermutigen, zu ermahnen, sieben Gemeinden, die zur Zeit des Apostel Johannes tatsächlich gelebt haben. Aber wir, die später leben können, diese Texte lesen und für uns ein paar gute Ermahnungen finden, die sicherlich auch für uns geschrieben sind. Und somit ist der Text nicht nur für die Gemeinde damals geschrieben, sondern auch für uns. Sie sind für uns gültig. Aber nicht nur das. Viele, schon ziemlich am Anfang der Kirchengeschichte, also der Christenheit, haben herausgefunden, dass die Botschaft dieser sieben Gemeinden sich ziemlich mit sieben Epochen der Kirchengeschichten abdecken. Und viele haben darüber geschrieben. Ich möchte also nicht so sehr darauf eingehen, nur ein paar Highlights heute. Da gibt es aber noch andere Möglichkeiten der Erklärung. Zum Beispiel hat jemand herausgefunden, dass in jeder Vision, die wir haben, also wenn wir eine Vision haben, entweder wir heiraten wollen, aber wir wollen Urlaub machen, wir wollen studieren oder wir wollen ein Haus bauen, ein Geschäft gründen, da gibt es tatsächlich sieben Zeitperioden oder sieben Stufen dieser Vision. Wir kommen aber gleich dazu. Ebenso könnten diese sieben Gemeinden sieben Zeiten, sieben Perioden in unserem geistlichen Leben darstellen. Auch darauf kommen wir. Aber schließlich haben diese sieben Gemeinden eine besondere Botschaft, die wir als Vorbereitung für eine Hochzeit oder sogar als Bereicherung für eine gute Ehe benutzen dürfen. Und das, das möchte ich mit euch machen, weil das vielleicht ein Novum ist, etwas, worüber man wenig spricht. Wir gehen also durch den Text. Wenn wir also nochmal die sieben Gemeinden als den Weg einer Vision darstellen, also Hochzeit, aber auch ein Geschäft oder Studium oder ein Haus kaufen oder irgendwas, da sehen wir, dass die Gemeinde Ephesus Feuer und Flamme ist. Und so ist es, wenn wir also eine Vision haben. Wir haben eine Idee und wir sind Feuer und Flamme, wir sind begeistert, so wie die Gemeinde Ephesus. Aber dann mit Smirna kommt die Realität danach, die holt uns auf und wir wissen, dass Smirna die leidende Gemeinde ist. Und tatsächlich bei jeder Vision kommt ein Punkt, wo die Realität zeigt, aha, so einfach ist es nicht. Da kommen die und die und die Probleme auf uns zu. Und da werden wir so ein bisschen realistisch und manchmal ein bisschen entmutigt. Aber die Botschaft von Smirna sagt, mach weiter. Und dann kommt mit Pergamon die Gefahr der Kompromisse. Das heißt also, wir haben die Begeisterung ein bisschen verloren, wir sind ernüchtert worden und jetzt versuchen wir einen Zwischenweg zu finden, um unsere Vision doch zu realisieren. Und das kann so weitergehen wie bei Tiatira, dass als zu den Kompromissen Fehlentscheidungen kommen und das ist eine große Gefahr, die uns sehr teuer werden kann. Fehlentscheidungen bei Tiatira. Dann haben wir die Zeit mit Sades, wo unsere Planung, unsere Vision einen gewissen Standpunkt erreicht hat, wo wir zufrieden sind, wo wir uns ausruhen können, wo wir einfach uns auf den Lorbeeren sozusagen ausruhen können und sagen, so jetzt haben wir es erreicht, wir können uns zurücklehnen und so. Aber auch das ist nicht gut. In keiner Beziehung, in keinem Studium, in keiner Vision dürfen wir einfach mal stehenbleiben. Und deswegen gibt es also die Botschaft nach Philadelphia, die uns ermutigt, nach vorne zu schauen, weiter zu gehen und schließlich Laodicea. Laodicea ist die letzte Gemeinde, die Gemeinde kurz vor dem Ziel, kurz vor unserer Vision. Aber auch hier gibt es sehr viele Gefahren, zum Beispiel, dass wir tatsächlich alles viel lockerer nehmen und dass die Vision eigentlich nicht mehr besteht, sondern dass wir nur dabei sind, das Konzept, das wir aufgebaut haben, aufrechtzuerhalten. Und so möchte ich aber jetzt diese sieben Gemeinden auf die Ehe mit Jesus, diesen Höhepunkt der Geschichte deuten und bitte, das kann uns auch in unserer eigenen Ehe, jetzigen oder zukünftigen helfen. Wir gehen so durch mit ein paar Bildern, die ich hier genommen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe sechs Jahre in der Türkei gelebt. Mein kleines Haus war ziemlich genau zwischen Ephesus und Smyrna, sodass ich wirklich diese Gegend sehr gut kenne, weil sehr oft Besucher kamen und da mussten wir eben diese Tour machen, das ist eben gemein. Und da habe ich immer gehört, was die Reiseführer sagen. Und nicht nur das, sondern ich habe die Bibel studiert, das tue ich immer und entdecke immer neue Sachen. Also haben wir hier Ephesus mit dieser wunderschönen Hafenstraße, die aber drei Kilometer vom Meer ist, denn durch den Fluss Meander, daher das deutsche Wort Meander auch, sehr, sehr viel Erde in das Meer gebracht hat, sodass die Stadt Ephesus kein Hafen mehr ist. Es ist überhaupt keine Stadt mehr, denn durch Erdbeben, durch die Goten, wo die Stadt ein paar Mal zerstört und geplündert und schließlich hat eine kleine Mücke Malaria gebracht und da ist die Stadt ausgestorben. Wir kennen alle diesen wunderschönen Theater, der so berühmt, einer der schönsten Theater der Antike mit 25.000 bis 30.000 Plätzen, was wunderbar ist, ist, wenn man unten ist und klack macht, dann hört das die ganzen Leute, die da sind, können hören. Es gibt auch oft Konzerte dort, klassische Konzerte und andere. Und da hat auch Paulus gegen wilde Tiere gekämpft, laut 1. Korinther 15. Interessant ist eine der Göttinnen von Ephesus. Wer ist das? Die heißt Nike und die kennen wir, weil daraus kommt das Zeichen, das wir gut kennen, Nike auf den Schuhen und auf den T-Shirts. Nike ist die Göttin des Sieges. Und Ephesus war die Stadt von Adrian. Hier sehen wir einen Rest von seiner großen Statue. Ihr seht dann was Rundes und rechts den Rest eines Fußes. Und Adrian, seine Botschaft war, die Erde habe ich unter meinen Füßen. Er wollte also wirklich die Welt nicht nur erobern, sondern er wollte der Herr der ganzen Welt sein. Und was merkwürdig ist, dass Adrian eigentlich in die Geschichte gegangen ist als einen ganz schlechten Kaiser, der sogar unernteert wurde vom römischen Senat. Er, der die Welt beherrschen wollte, ist also völlig aus der Geschichte verschwunden. Und so Ephesus, eine Stadt, die nur noch aus Ruinen besteht, die zwar wunderschön sind, aber keine große Bedeutung haben, außer einer touristischen Attraktion. Aber jetzt kommen wir mal zu der Botschaft auf Morgenkammer 2, dem Engel, der gemeint von Ephesus schreibe, da sagt er, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leute wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also eine Menge Lob an diese Gemeinde. Aber, und jetzt kommt's, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nur, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchtauf an seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich zu essen gehen von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Diese Gemeinde wird von Gott gelobt, weil sie gute Werke hat, sie gibt sich Mühe, sie prüft alles und sie hasst die Werke der Nikolaiten. Über die Nikolaiten sprechen wir gleich. Aber Gott sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Meine Lieben, das ist eine unglaublich interessante Botschaft für Verliebte, für Leute, die sich auf die Ehe vorbereiten. Viele bereiten sich mit viel Arbeit, vor allem für den Tag X. Und denken nicht, dass es nach diesem Tag noch viele andere Tage gibt. Und so geben sie sich viel Mühe. Wen laden wir ein? Wer das Programm aussehen? Wer das Essen? Und so weiter. Die Gäste, die Einladungen. Aber eine Ehe besteht aus viel mehr als das. Und auch die Ehe mit Jesus besteht nicht auf dem Tag unserer Taufe. Viele denken, jetzt bin ich getauft, jetzt kann ich mich ausruhen. Natürlich ist die Taufe ganz wichtig. Das ist ein wichtiges, ein entscheidendes Element im christlichen Leben. Aber das Leben mit Jesus ist ein Leben der Werk und der Mühe jeden Tag und vor allem der Liebe. Viele haben leider in ihrer Ehe die erste Liebe verlassen. Und auch mit Jesus kann es sein, dass sie die erste Liebe verlassen. Weil wir bei den Nikolaiten, bei Ephesus sind, lasst uns vielleicht mal ein bisschen über Ephesus nachdenken. Vielleicht ein paar Elemente, die nicht so bekannt sind. Die Stadt Ephesus wurde auf einem heidnischen Tempel gebaut. Und zwar einem Tempel der Göttin Kübele. Kübele war eine frisische Göttin, also aus der Antik, aus dem Nahen Osten. Und sie wurde Magna Mater genannt, die Mutter Gottes. Hier haben wir ein Bild von ihr. Sie ging also durch die Jahrhunderte, sogar im 6. Jahrhundert finden wir sie sogar noch in Europa. Also eine sehr erfolgreiche Göttin. Kübele wurde zu Astarte. Oder manche sagen, Astarte wurde zu Kübele. Nicht so wichtig, aber auf jeden Fall. Hier haben wir eine Parallele. Und die Göttin, die wir in Petra finden, Allat, die man also im Islam wieder findet, angeblich hatte Mohammed gegen diese Göttin gekämpft. Manche sagen, das Wort Allah hat damit zu tun. Das ist aber ein anderes Thema. Und sie wurde zu Diana oder Artemis, Latein und Griechisch. Hier haben wir also die Artemis der Epheser. Wir sehen, dass es eine furchtbare Frau hat, die ganz viele Busen hat, also als Zeichen der Furchtbarkeit. Und ausgerechnet auf diesem Tempel der Kübele wurde das Haus von Maria gebaut. Und zwar sagt die Tradition, dass Johannes sich nicht nur um Maria gekümmert hat, sondern als er zurück von Patmos kam, wo er diese Offenbarung geschrieben hat, dann kam er nach Ephesus, wo er das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Und da ist er gestorben und da hat Maria gewohnt. Und eine Großkirche sagt, von da aus sei Maria gen Himmel gegangen. Und genau auf diesem Tempel der Kübele ist also das Haus von Maria. Ausgerechnet in Ephesus findet das zweite ökumenische Konzil statt, 431, wo Maria Mutter Gottes genannt wird. Zufälle gibt es ja wirklich. Ja. Wir kommen aber jetzt zu Smyrna. Was das mit den Nikolaiten zu tun hat, komme ich ein bisschen später, wenn wir über Pergamon und Tiatira sprechen. Die zweite Gemeinde Smyrna heute ist mir eine Großstadt. Da bleiben nicht sehr viele Reste, eigentlich zwei archäologische Städte, weil Alexander der Große die Stadt also von A nach B umgesiedelt hat. Aufmerksamkeit 2, Vers 8, Vers 9 und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, Da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werden. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das ist keine schöne Botschaft für eine Ehe, denn das ist eine leihende Ehe. Und natürlich wünschen wir uns keine leihende Ehe, obwohl es sicherlich viel Leid in der Ehe gibt. Auch viele Enttäuschungen an der Hochzeitsnacht, wo die Menschen merken, oho, die Realität ist doch ein bisschen anders. Aber leider sagt uns die Bibel, dass eine Beziehung zu Jesus nicht nur die große Liebe ist, sondern mit vielen Anfeindungen, sprich Versuchungen, Prüfungen und Enttäuschungen zu tun hat. Warum? Weil der Teufel einfach Ärger hat. Er ist sauer, er ist böse, dass wir das mit Jesus gestalten wollen. Und er tut alles, um uns zu entmutigen. Und deswegen ist die Botschaft ganz besonders wichtig, weil sie einen Satz enthält, den wir alle bei unserer Trauung gesagt haben. Ich will dir treu sein bis in den Tod oder bis Jesus wiederkommt. Und hier heißt es tatsächlich, sei getreu bis in den Tod. Also eine Botschaft, die uns ermutigt, bei Jesus dabei zu bleiben, egal welche Prüfungen, welche Versuchungen, welche Enttäuschungen kommen. Sei getreu bis in den Tod. Und ich möchte dazu den Satz zitieren von Polycarp, das war der Bischof von Smyrna, 69 bis 155, der so verfolgt worden ist, dass die Römer ihn eigentlich umbringen wollten, wenn er sein Glaube nicht abschwören würde. Und er hat ja darauf geantwortet, 86 Jahre bin ich sein Diener gewesen, also Gottes Diener gewesen. Und er hat mir nie etwas Böses angetan. Wie könnte ich meinen König verraten? Er hat mich doch errettet. Ich finde diesen Satz so wunderschön. Ich bin 65 Jahre alt und kann wirklich sagen, seitdem ich klein bin, oder ja, seit meiner Geburt eigentlich, aber seitdem ich mich erinnern kann, habe ich Gott gerne gedient, trotz meiner ganzen Fehler und Abweichungen vom Glauben. Und er hat mir nie etwas Böses angetan. Ich könnte sogar positiv sagen, Gott ist so gut zu mir gewesen. Wie Josef gesagt hat, Gott ist so gut zu mir, mein Meister ist so gut zu mir. Wie könnte ich seine Sünde begehen? Oder hier, wie Polycarp angesichts der Todesdrohung sagt, Wie könnte ich meinen König verraten? Er hat mich doch errettet. Ein wunderschöner Satz, den ich jedem geben möchte auf dem Weg zur Hochzeit des Lammes in der Vorbereitung. Pergamon. Pergamon ist auch eine sehr schöne, antike Stadt. Hier ein paar Bilder. Bekannt durch das Asklepion, diese Schlange, die ein Zeichen geworden ist für ärztliche Hilfe, für Apotheken. Das war mal ein anderes Thema. Die Botschaft heißt, das sagt er, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biele abends festhalten. Der den Balak lehrte, einen Anstoß vor Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Urzut trieben. So hast du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer überwindet und so weiter. Es geht, wie bei jeder Botschaft, mit einer Ermutigung zu überwinden. Hier haben wir etwas, nämlich die Lehre der Nikolaiten, die verknüpft ist mit Bileam. Das heißt also, Bileam lebte ungefähr 1400 vor Christus, vor dieser Gemeinde. Und hier haben wir eine Kontinuität. Diese Kontinuität erinnert mich an 1. Mose 3, 15, wo eine Linie derer ist, die nach dem Willen Gottes leben, der Samen oder Nachkommen der Frau und Nachkommen der Schlange, die wir in der Bibel finden von A bis Z. Vielleicht sollen wir uns das kurz anschauen. Auf jeden Fall hält diese Gemeinde an dem Namen. Und als wir geheiratet haben oder wenn jemand heiratet, dann bekommt er einen neuen Namen, besonders die Braut. Und denkt daran, wir sind die Braut Christi und deshalb nennen wir uns Christen nach dem Namen unseres Bräutigams. Du hältst an diesem Namen. Wichtig in der Ehe, dass wir unserem Bräutigam als Frau Ehre geben. Natürlich genauso umgekehrt, dass der Mann seine Frau ehrt, das ist keine Frage. Aber hier sind wir bei der Vorbereitung für die große Hortzeit mit dem Lamm, wo wir an dem Namen Christus festhalten. Allerdings tun einige die Werke der Nikolaiten. Und damit möchte ich mich kurz beschäftigen. Wir haben also nach der Sintflut einen Mann, der Nimrod heißt. Seine Frau heißt Ishtar. Und hier haben wir schon die Beziehung, die wir bei Ephesus gesehen haben. Es heißt in 1. Mose 10, dass Nimrod ein gewaltiger Jäger vor oder gegen den Herrn war. Und der Anfang seines Königreichs war Babel. Und auch Erek, Akkad, Kalne im Lande Sinea. Wir denken also an den Turm zu Babel, an die Stadt Babel. Ich möchte hier an eine archäologische Stätte hinweisen, die in der Türkei ist. Und die heißt Nimrodal, der Berg von Nimrod. Sonst wissen wir gar nichts von Nimrod, nur einige Traditionen der Stadt Ur in Kaldea, die Nimrod erwähnt als Feind von Abraham. Er wollte also angeblich Abraham töten. Das ist das, was dort erzählt wird. Hier ein Bild von diesem Berg Nimrod. Zumindest von der Spitze. Und zwar auf 2200 Meter Höhe hat ein König, genannt Antiochus I., ein Mausoleum aufgebaut. Und zwar, wie wir hier im Hintergrund sehen, nicht nur diese Statuen, wir kommen gleich dazu, sondern 300.000 Kubikmeter Kieselsteine gebraten. Ungefähr 6000 Tonnen. Ein Riesenberg. Ich weiß nicht, wie er das alles hochgeschleppt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist sein Grab. Und dieser König ließ sich Theos nennen. Gott. Also einfach Gott. Ich heiße Gott. Er stellt natürlich seinen Kopf zwischen Zeus und dem Sohn Gottes Heraklius. Später identifiziert er sich mit Mithras. Hochinteressant. Hier hat er die Tiara von Mithras, die wir später in einer Großkirche finden und viele andere Symbolen. Er begrüßt hier Heraklius, den Sohn Gottes, identifiziert sich also mit ihm. Mithras ist auch Apollo, der griechische Gott des Lichtes, den wir später als Helios finden. Und in Libanon gibt es einen alten Tempel, Baalbek, der dem Sonnengott Sol Invictus gewidmet ist. Dort finden wir tatsächlich einen Stein, wo Sol Invictus, Mithras und Baal zusammen sind. Also, um uns klar zu machen, dass der Baal-Kult eine Fortsetzung ist des Kult von Nimrod, was es immer auch sei, durch Antiochus I. über Mithras, den Sohnengott der Perser, dann Apollo, dem Sohnengott der Griechen und Sol Invictus, den Konstantin als Anbieter des Solles Invictus, in die Christenheit gebracht hat. Ja, einmal stand die Schlange an der Kasse, bei einer Sparkasse im Schwabenland. Und da war so eine Münzenausstellung, Münzen, die zu verkaufen waren. Und mein Auge fiel auf eine Münze von Konstantin und da stand drauf tatsächlich Sol Invictus. Die Münze habe ich gleich gekauft, ja. Eine Münze, die dem Sonnengott, der unbesinkbare Sonne, gewidmet ist. Und so haben wir tatsächlich bei Pergamon eine Fortsetzung von den Nikolaiten, die wir schon in Ephesus hatten. Eine Fortsetzung des Baal-Kults, der selber die Fortsetzung des Nimrod-Kults ist. Also haben wir eine ganze Linie der Söhne Kains oder des Nachkommens der Drachen in der Geschichte. Theatira ist die Gemeinde nicht nur der Kompromisse, sondern der Kompromisse, die viel zu weit gehen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe, deine Dienste, deine Glauben, dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also eine Gemeinde, die gute Werke hat, keine Frage. Aber ich habe eines gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit, Buße zu tun vor ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. In der Lutherbibel steht es ein bisschen anders. Auf Markham 12, Vers 20. Ich mag diese Formulierung. Ich habe gegen dich, dass du, Isabel, duldest diese Frau. Und das erinnert mich an etwas, als ich Student war. Da habe ich mal in einer Bibliothek gesessen, einer Universitätsbibliothek. Und ich war so mit meinen Büchern beschäftigt. Und vor mir war so ein kleines Pärchen. Ich weiß nicht, ob sie studiert haben oder was. Auf jeden Fall kam auf einmal so eine junge Frau rein mit langen Haaren, Minirock und wirklich hübsch. Und der Junge dreht sich zu den Mädchen. Und da habe ich den Blick seiner Freundin gesehen. Den eifersüchtigen Blick. Und das hat mich an diesen Text erinnert. Ich habe gegen dich, dass du diese Frau duldest. Gott ist ja so eifersüchtig. Und auch in eine Ehe gehören eine dritte Person und eine vierte nicht. Weder eine Schwiegermutter, noch einen Schwiegervater, noch irgendein Freund, eine Freundin, Babysitter. Da gibt es hier einen Kreis, der heilig ist. Da gehört niemand dazu. Und das ist das Problem von Tiatira, beziehungsweise die Botschaft, die Tiatira uns gibt als Vorbereitung für die Ehe. Wenn wir bei der Hochzeit des Slums dabei sein wollen, da dürfen wir nichts dulden und niemanden dulden, der nicht dazu gehört. Das ist die große Botschaft. Diese Frau, die du duldest, sie verführt zur Hurerei, ja, eine dritte Person, verführt einfach zur Untreue. Die, die mit ihr die Ehe gebrochen haben. Sardis ist die Gemeinde, die einen gewissen Standpunkt erreicht hat. Die erste Liebe hat sie verlassen. Da kamen die Schwierigkeiten, die sie vielleicht wieder zur ersten Liebe gebracht hat oder zu Kompromiss oder sogar zum Abfall, zum Fremdgehen wie in Tiatira. Aber Sardis ist eine reiche Gemeinde. Damals die Stadt des Königs Krösus, der die Goldmünzen erfunden hat übrigens, denn es gab sehr viel Gold in dem Fluss, in dem Paktollis. Und so war diese Stadt nicht nur reich, sondern selbstsicher und tatsächlich, als der König der Perser nach Sardis kam, dann sagt die Geschichte, dass die Wächter auf dieser Festung geschlafen haben. So könnte der persische König diese Stadt sehr leicht erobern. Und da haben wir in der Botschaft an die Gemeinde Sardis, dass du wach werden musst. Werde wach, stärke das Übrige. Diese Gemeinde ist reich, sie hat gute Werke, sie hat den Namen, dass sie lebt, aber sie ist tot. Sie ist im Schlaf tot geworden. Oder man könnte sagen, der Tod ist ein Schlaf, auf jeden Fall ist sie nicht mehr lebendig. Und auch das kann jeder Ehe passieren und auch unsere Ehe mit Christus, dass wir mit der Zeit einfach nicht mehr lebendig sind. Deshalb spricht die Bibel immer von einer Erweckung. Werde wach. Und das ist die Botschaft hier an uns, an dich, an mich heute. Denk daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewache es und tut Buße. Auch hier hat die Gemeinde eine Warnung, die interessant ist. Wenn du nicht wach wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Hier Einspielungen auf die Endzeit, wo Jesus wie ein Dieb kommen wird. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardis, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Auch hier etwas mit Ehe zu tun hat. Paulus sagt, das Ehebett soll nicht besudelt werden. Die Kleider sollen reinbleiben. Auch das ist wichtig, weil wir werden sehen, dass die Braut sich vorbereitet hat in Offenbarung 19, indem sie schöne Kleider hat. Und natürlich muss eine Braut in schönen Kleidern kommen. Sie darf also nicht mit Flecken zur Hochzeit kommen. Das ist also ein absolutes No-Go. Sie werden mit ihr wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Und da kommen wir später in den nächsten Präsentationen dazu. Also ist die Gemeinde Sardis eine Hilfe in unserer Ehe, auch in unserer Ehe mit Christus, dass wir wach bleiben und dass wir unsere Kleider sauber behalten. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Interessant hier, dass die weißen Kleider von Gott gegeben werden. Das heißt, Gott gibt diese Kleider, aber unsere Aufgabe ist, diese Kleider sauber zu halten. Sonst wird unser Name ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Du hast den Namen, du hast empfangen, du bekommst weiße Kleider. Das ist die Botschaft an Sardis. Ich werde deinen Namen bekennen. Die Gemeinde Philadelphia, die Gemeinde der brüderlichen Liebe, es waren zwei Brüder, waren Stadthalter. Und alle haben versucht, diese zwei Brüder auseinander zu dividieren, um dann an die Regierung, an die Macht zu kommen. Aber das haben sie nicht zugelassen, diese Brüder. Deswegen die Stadt der Liebe. Das sagt der Heilige, der Verhaftige, den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge der Satan sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren an mich gewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über der ganzen Erde kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erde wohnen. Siehe, ich komme bald haltefähig, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von einem Gott aus und meinen neuen Namen. Hier haben wir so ein paar wichtige Elemente, die mit einer Vorbereitung auf die Ehe zu tun haben. Erstens, die Tür kann aufgemacht werden oder zugemacht werden. Meine Lieben, die Ehe ist ein heiliger Kreis. Unsere Ehe mit Gott ist ein heiliger Kreis. Es gibt also zum Beispiel Kämpfe, die niemanden interessieren. Ich weiß, die Bibel soll wie unsere Sünden bekennen. Manchmal muss man auch, wenn die Gemeinde betroffen ist, einiges preisgeben. Aber bitte, eure Probleme in eurer Beziehung zu Gott gehen niemanden an. Ihr könnt euch einen Seelsorger aussuchen, meinetwegen, aber eure Kämpfe gehen niemanden an. Wir sind da, um Gott zu loben, um das Positive zu geben. Ich weiß, das hört sich vielleicht heuchlerisch an. Und viele sagen, ja, die Christen sind Heuchler. Zum Teil stimmt das und zum Teil ist es auch gut so. Wir sind nicht da, um uns niederzumachen. Wir sind nicht da, um an unsere Probleme breit zu reden. Wir sind da, um uns gegenseitig zu helfen. Und auch in der Ehe ist es so. Positiv denken. Die Gemeinde Philadelphia wird aufgerufen, positiv zu denken. Das Gute zu sehen. Nach vorne zu schauen. Und das sollen wir auch in der Christenheit tun und nicht immer über unsere Probleme reden. Die Probleme sind wie die, die draußen sind, die der Synagoge Satans. Was machen sie? Sie versuchen mit Lüge und mit anderen Dingen dazu zu bringen, dass du fällst. Aber die Botschaft sagt, sie sollen von deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das heißt, du gibst anderen auch Probleme, keine Chance. Weder Menschen noch Situationen sollen deine Ehe gefährden. Stark bleiben. Standhaftes Ausharren. Das ist das, was dich vor der Versuchung bewahren wird. Halte fest, dass niemand deine Krone nimmt. Ihr seht also, das sind wirklich Elemente, die mit deiner Ehe zu tun haben. Natürlich auch der Name hier, den dir Gott gegeben hat. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich will dich bewahren vor der Stunde Versuchung. Es ist schön, dass wir einen Bräutigam haben. Jesus Christus, der alles dran setzt, um uns zu bewahren. Er kümmelt sich um seine Braut. Wir müssen keine Angst haben. Wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir ihm treu bleiben, wenn wir ihm verbunden bleiben, in seiner Nähe bleiben, dann wird er den Rest tun. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Die Botschaft an Philadelphia gesehen unter dieser Perspektive. Und dann kommt Laodicea. Laodicea ist die letzte Gemeinde. Und Laodicea wird auch sehr kompliziert gar gestellt. Eigentlich ist es eine einfache Botschaft. Eine einfache Botschaft, auch wenn es die letzte ist und die die wichtige ist, denn sie bezieht sich auf unsere Zeit. Ich habe hier ein paar Bilder von dieser wunderschönen Stadt, die vor 20 Jahren gar nicht existierte. Sie wurde völlig zerstört, aber sie wurde so schön wieder aufgebaut in den letzten Jahren. Das ist Wahnsinn. Unter anderem hat man ein doppeltes Wasserleitungssystem gefunden, Laodicea. Das eine Wasser kommt aus Hierapolis, das sind die heißen Quellen im Norden. Und das kalte Wasser kommt aus Colossea, auch eine Stadt, die wir kennen aus der Bibel, mit kühlem Wasser. Das heißt also, Laodicea hat sowohl kaltes als warmes Wasser. Und es gab damals kein Wasserhahn, also relativ schwierig, die richtige Temperatur zu mischen. Und deshalb sagt also Gott zu dieser Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du weder kalt noch warm bist. Wir kennen diese Texte. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch weiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und ein Blöss. Ich hatte dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wirst. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nur eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mal mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich gehen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ich möchte nicht auf alle Elemente von Laodicea eingehen. Es gibt also so viele und die sind sicherlich an anderen Stellen behandelt werden. Aber in Bezug auf die Ehe haben wir hier die weißen Kleider, die ganz wichtig sind. Denkt daran auf Mont 19, die Braut hat sich vorbereitet. Das ist unser Gesamtthema heute, die weißen Kleider als Vorbereitung für die Ehe. Die Bibel sagt, die Braut war bekleidet mit schönem, reinem Leinen und das wird erklärt als die Gerechtigkeit der Gläubigen. Du sagst, ich brauche nichts. Auch das ist ein Problem in vielen Ehen, wo jeder seinen Job hat, sein Auto, sein Handy, sein Konto. Im Grunde genommen ist jeder selbstständig und braut den anderen nicht. Das ist eine große Gefahr. Und auch im Glauben kann man sich so arrangieren, dass man im Grunde genommen ohne Jesus weiterkommt. Mit so einem gewissen leeren Gebäude, den man hat, also im Kopf, so Theologie, mit guten Gewohnheiten. Ein Punkt, wo die Gemeinde sich ausruht, wo die Braut Christi sich ausruht und den Bräutigam gar nicht mehr braucht. Ich brauche nichts. Das erinnert mich immer an den Satz, den ich oft gehört habe, als ich, wo Evangelist war. Ich ging von Tür zu Tür und habe versucht, Bücher zu verkaufen über Gesundheit und Erziehung und natürlich auch religiöse Bücher. Und wie oft habe ich diesen Satz gehört? Ich brauche nichts. Der Staubsauger Vertreter ist Jesus. Er kommt an die Tür und die Menschen sagen, nein, ich brauche nichts, ich habe schon alles. Schlimm, denn tatsächlich steht Jesus vor der Tür und sagt, du bist elend. Was bedeutet das eigentlich, elend? Wieso bist du elend? Dieses Wort ist zweimal im Neuen Testament. Hier in der Botschaft an Laodicea und in Römer Kapitel 7, wo am Ende Paulus sagt, ich elender Mensch. Paulus sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich hasse, das tue ich. Ich elender Mensch. Und Laodicea sagt, nein, dieser Text von Paulus bezieht sich nicht auf mich. Ich bin nicht elend. Ich brauche Jesus nicht. Hier stellt Paulus die Frage, wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leib? Auf jeden Fall identifiziert sich Paulus nicht mit Laodicea. Er weiß, dass er elend ist. Und vielleicht können wir daraus lernen, weil wenn wir denken, wir brauchen nichts, wir sind nicht elend, wir sind reich, so wie Laodicea, die damals dem Kaiser Nero, als die Stadt von einem Erdbeben zerstört worden ist, gesagt hat, wir brauchen dein Geld nicht. Nero wollte die ganze Stadt wieder aufbauen. Er wollte Geld dafür geben im Jahr 60. Aber Laodicea sagt, nein, wir sind reich, das ist auch eine reiche Stadt, aus verschiedenen Gründen. Wir brauchen dich nicht. Hier wird Laodicea gesagt, Jesus ist aber da und du brauchst ihn. Du brauchst Jesus. Auch in deiner Ehe brauchst du Jesus. Und auch in deiner Beziehung zu Jesus, in der Vorbereitung auf die Hochzeit des Islames, brauchst du ihn jeden Tag. Er steht vor der Tür und klopft an. Er ist da wie ein guter Bräutigam, der tatsächlich die Beziehung mit seiner Braut immer wieder sucht. Und das erinnert uns an den Text. Im Hohen Lied, Kapitel 5, heißt es, Ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Auch hier klopft der Geliebte an. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Und da sagt die Braut, ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich euch anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie besudeln? Habt ihr gemerkt? Diese Braut hat ein makelloses Kleid. Und das Kleid hat sie ausgezogen. Sie hat es nicht mal schmutzig gemacht. Sie hat es richtig gemacht. Ihre Beziehung zu Gott ist gut. Ihre Religion besteht darin, keine Flecken auf ihrem Kleid zuzulassen. Das ist auch gut so. Das ist gut so, dass wir uns immer wieder warnen vor den Einflüssen der Musik, der Filmindustrie und von gewissen medizinischen Richtungen und vielen anderen Tagen, auch theologischen Richtungen. Aber das Christentum besteht nicht so sehr darin, alles zu verbieten, was schlecht ist, alles zu meiden, was verboten ist, sondern auch uns mit Jesus zu beschäftigen. Und deshalb ist es traurig, dass diese Braut ihr Kleid ausgezogen ist. Und sie stellt die Frage, wie soll ich es anziehen? Ich meine, klar, ein Hochzeitskleid anzuziehen ist vielleicht nicht so einfach. Aber es ist eine traurige Nachricht, dass diese Braut wie Lauditia die Tür nicht aufmacht, weil sie Jesus nicht braucht. Sie hat das Kleid schon im Schrank. Sie hat ihre Heilsgewissheit irgendwo eingebunkert und versucht jeden Tag so zu leben, dass sie gut ist, dass sie keinen Fehler macht, aber das ohne Jesus. Ich glaube, das kann uns sehr viel zu denken geben. Denn Jesus ist an der Tür und er klopft und er sagt, wenn einer tut, mit dem will ich essen. Was ist dieses Essen? Meine Lieben, das ist das Hochzeitsmahl. Genieß das Leben mit Jesus. Freu dich mit ihm. Heute schon. Genieß die Vorfreude. Denn die Bibel sagt, ich hörte eine große Stimme, etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser, wie der Schallstarker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herrgott, der Allmächtige an die Königsherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Slames ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Es wurde ihr gegeben, sich mit feiner Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glücklich sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Slames berufen sind. Und er sprach zu mir, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ich wünsche euch, dass ihr diese Vorfreude genießt, die Vorfreude auf das Kommen des Bräutigams. Und ich denke, das wird sehr bald sein. Und dass wir standhaft bleiben bei der ersten Liebe, ohne Kompromisse. Und dass die Botschaft der sieben Gemeinden, aber darüber hinaus die ganze Botschaft der Bibel uns hilft, uns vorzubereiten, wissen, dass Gott uns das Kleid schenkt und dass wir ihn bald sehen werden. Und das wird so wunderschön sein, so schön, dass kein Auge das gesehen hat, kein Ohr das gehört hat. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat.